hallo und herzlich willkommen youtube bei eurem commander krieger und herzlich willkommen heute von den malediven ich habe den robert mitgenommen ich habe gesagt robert du musst die malediven erleben das wird unvergesslich und wir sind eine woche dorthin geflogen haben eine tauchsa fari gemacht und hier seht ihr wo man dann zum beispiel übernachtet in einer so einer kleinen lagune geschützt vor dem offenen meer vor den großen wellen geht man dann vor anker und dann wenn man tauchen gehen möchte kommt das doni das ist so ein kleines beiboot oder etwas kleineres beiboot wo die ganze woche lang die tauchausrüstung drauf gelagert wird das fährt die ganze zeit mit das kommt dann an legt neben dem hauptboot an und man wechselt dann einfach vom hauptboot auf das doni fährt zum tauchplatz und da bietet gerade die malediven bieten so viele diverse tauchplätze da ist für jeden geschmack immer was mit dabei und es fängt eigentlich an und dafür sind die malediven sehr bekannt für die ganzen channel tauchgänge dort hat man strömung dort wo strömung ist gibt es viele nährstoffe wo viele nährstoffe sind dort ist der großfisch und großfisch das seht ihr jetzt hier das sind zum beispiel haie das hier sind griff haie die dort in dieser strömung rumschwimmen man hängt sich dort mit einem sogenannten strömungshaken in die gerülle rein und bleibt dann ganz gemütlich dort stehen und guckt sich das treiben an wunder wunderschön ein weiteres highlight war alimata alimata ist eine kleine insel und das was ihr da seht ist ein steg der nennt sich animata jetty der ist bekannt für sehr viele nachttauchgänge mit armen haien und ich hatte dort ein ganz besonderes erlebnis und zwar dieser rochen ist angekommen hat hier vor meiner kamera man muss wirklich sagen abgebremst und hat sich einfach neben mich gelegt und es gibt ja viele leute die mal fragen hey stört die tiere nicht eure anwesenheit oder das licht oder was weiß ich und dieser rochen ich weiß nicht wieso weshalb warum ich habe dieses tier vorher schon mal gesehen ich glaube anderthalb jahre vorher oder ein jahr vorher habe ich dieses tier schon mal gesehen und dieses tier ist wieder zu mir gekommen hat sich vor mich hingelegt hat sich hier in aller seelen ruhe filmen lassen die aufnahme könnte jetzt noch sechs minuten weitergehen ich habe das jetzt gleich aber ein bisschen gekürzt ich fand es einfach wahnsinn dieses tier kommt zu mir geschwommen legt sich neben mich und fühlt sich überhaupt nicht bedrängt oder ähnliches und das ist eigentlich so ein zeichen ich meine viele leute sagen immer hast du keine angst dass die tiere dich angreifen wenn man sowas erlebt man hat respekt vor den tieren definitiv ja ich meine hier seht ihr auch der wurde vermutlich von einem heil der der schwanz abgebissen oder vielleicht sogar ja von einem der der einheimischen die hat gerne mal auf den inseln die tiere füttern vielleicht hat das tier auch einfach nur schutz gesucht weil er gesagt hat hey du bist groß du bist stark beschützt mich irgendwie ich weiß es nicht ich habe keine ahnung aber ich werde nächstes jahr wieder dort sein und ich hoffe dass ich den kollegen wieder sehe das fände ich phänomenal und das war mit einer der emotionalsten momente natürlich aber auch anderer großfisch und zwar mantas das hier ist der tauchplatz mahibadu blok das ist ein großer wo es sind drei große blöcke an einem riff und diese blöcke sind sogenannte putzer stationen das heißt dort gibt es ganz kleine lipfische die hier vielleicht auch schon mal bei monte gesehen habt die die fische reinigen und man hängt sich dort so ein bisschen in die strömung hier ist dieser große block und die mantas schwimmen ganz langsam über diesen block und das ist wie so eine riesengroße waschstraße für die tiere das heißt diese ganz kleinen putzer fische kommen an und fressen kleine parasiten sogar aus den kiemen aus dem maul von diesem manta und das ist quasi wie so eine ja wie eine waschstraße wie eine pflege wie maniküre pediküre und wir hatten das glück dass dort mehrere mantas sind und je ruhiger man bleibt desto entspannter man bleibt desto näher kommen diese tiere und zwar von runde zu runde die drehen so ihre ründchen beobachten ein sie schauen einen an was ich auch sehr extrem finde und und je ruhiger man selber bleibt desto näher kommen die tiere und suchen man muss es wirklich so sagen sie suchen auch den kontakt zu uns menschen und wollen definitiv wissen ja wer wir sind wir zum beispiel hier hätte einfach ein bisschen weiter weg drehen können bremst jetzt aber hier so ein bisschen ich sag mal ab guckt einen an das ist noch ein schnelles tempo das ist noch ein schnelles tempo der guckt selber wie weit er gehen kann und das ist einfach unbeschreiblich schön und ich muss ehrlich sagen ich hoffe dass ich nächstes jahr diese aufnahmen mit der neuen kamera noch mal machen kann damit es noch ein bisschen besser aussieht noch ein bisschen schöner und nicht so mit diesem ich sag mal leichten grün stich es ist einfach unbeschreiblich ihr seht es hier wie 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 sanft dieser dieser riese an einem vorbeigleitet und man spürt förmlich wie er einen anschaut wie er den blick sucht und hier muss ich ganz ehrlich sagen will man gar nicht ausatmen man will nicht diese aufnahme mit luftblasen zerstören es ist einfach einfach wow man geht hoch man hat leichte tränen in den augen weil man einfach dieses erhabene gefühl bekommen hat ich weiß nicht ob man das in diesem video rüber bringen kann ob ich das rüber bringen kann aber für mich sind das momente die ich sehr schätze und wo ich wo ich sage dankeschön und auch hier jetzt in dieser szene ihr seht jetzt gleich wie nahe diese ich sag mal äußere flosse an meiner kamera vorbeigeht und der weiß ganz genau wie breit er ist und er weiß ganz genau wie weit er sich von mir entfernen darf das ist einfach unbeschreiblich schön man verbringt dort 45 minuten so auch die flasche leer dann taucht man auf und selbst wenn man auftaucht schaut man noch mal runter und sieht dann hier wie diese großen tiere die eine spannweite von vier viereinhalb meter haben dann ganz gemütlich über dem meeresgrund hinweg treiben und das ist einfach nur schön und ich hoffe ich konnte diese emotionen die ich damals verspürt habe euch so ein bisschen rüber bringen und so ein bisschen zeigen es ist einfach unbeschreiblich schön in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal euer commander tschüss